Wenn die das durchziehen, sind wir alle raus und dann muss Amazon sich einfach überlegen, wie die das Ding jemals zu Ende machen sollen. Wenn irgendeiner einen ganz bestimmten Song haben will, dann können wir den ad hoc performen. Wir heißen auch die Ad Hocs. Ad Hocs. Ad Hocs. Ad Hocs. Aber da sind wir uns doch nicht einig. Du sagst Ad Hocs, ich sag Ad Hocs. Weil ich für den deutschen Markt mehr bin und Teddy sagt, wir können international gehen. Okay, ein Wunsch? Niemals geht man so ganz. Auf Englisch? Oder auf Max? Wir haben beides vorbereitet. Ich würde dann auf Englisch einfach oder... Never go you so once. So. Never go you so once.